Sie ist eine kleine Zündere, aber so was von Es ist ja schön niedlich Oh, das ist nicht so komisch Was ist denn so komisch? Das ist heftig. Was ist das? Es ist egal, wenn man hier ist, ist es gefährlich. Wenn man noch die Fahrer befindet, geht es schnell. Ja, ich danke dir. Ja, das ist das. Ich gebe das. Ich gebe das nicht! Entschuldigung, ich bin nur... Du bist nicht schlecht. Kannst du das? Ja, das ist der Kugel der Schraubkabel. Ah, das ist sehr gut. Na, du bist der Ooni-Kind. Ja, aber... Du musst dich aufhören... Du musst dich nicht aufhören... Ich weiß nicht... Du musst Zeit... Los geht's... Ich mache mir tiefer Schlüssen. Das ist das erste was ich nehme, mehr AL ist immer gut. Okay, der hat es sogar noch. Spezial Munition. Das ist natürlich das Ergebnis. Das ist das Ergebnis. Das ist das Ergebnis. Die mache ich auch fertig. Ach, der Pärse. Das ist das Ergebnis. 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 Dass ich Leben verliere dabei. Soll ich mich nicht. Ich bin ein Mensch, der sich so aus dem Lern. Ich habe mich alle so ausgedeckt. Aber... Wenn ich mich so aus, dass Sion auch noch eine Lerna ist. Ich habe auch noch viele Leute zu sagen. Ich weiß nicht, dass ich mich so aus, wie ich mich so aus. Ich weiß nicht, dass ich mich so aus. Ich weiß nicht, dass ich mich so aus, wie ich mich so aus. Ach, wir werden bestimmt dicke Freunde. Das ist ein Schwerpunkt, was man sich an zu einem Schwerpunkt zu spüren. Das ist ein Schwerpunkt. Es gibt eine Schwerpunkt zu verletzten. Wenn es die Schwerpunkt zu spüren, was es nicht so gut, wenn es das Schwerpunkt zu spüren. Das ist ein Schwerpunkt. Das ist ein Schwerpunkt. Wir denken, ob es ein Schwerpunkt zu spüren. Super! Ist ein Huhn! Die Eulen sind ja witzig! Sollte ich mich nicht bezwecken! Diese Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Na, schau mal, was der hat. Gucken wir, was der hat. Ich glaube, dass wir das DIA haben. Das war's für heute. Los Aufzugsschlüsse Okay, ich hätte jetzt einen Aufzugsschlüssel, aber ich könnte nach oben gehen auch. Okay, ich bin im dritten würde ich sagen, aber ich kann auch einfach hochlaufen. Okay, und der da hinten hätte mich, ohne dass ich gegen ihn kämpfen müsste. Ich würde den eigentlich schon gerne machen. Ich höre jetzt einfach mal auf die... Das hat bestimmt einen Grund. Das hat bestimmt sogar einen guten Grund, warum ich nicht gegen ihn kämpfen soll. Ja. Das war's für heute. Dafür reicht meine Flammen noch. Granat. Oh, das ist für den Boss bestimmt gut, weil er ist ja so ein Flammtyp. Aber ich gehe erst mal auf Angriff. Irgendwo gehe ich jetzt hin, um zum Lagerfeuer zu gehen. Das ist für den Barsch. Aber hier ist nicht. Oder gibt es sich. Aber ich gehe, um das an an Ini für den Barsch. Das ist für den Barsch. Ich bin der Barsch und du bist für den Barsch. Ich bin der Barsch. Den Boss bruch ich bestimmt. Ah, die können die jetzt herstellen. Ah, ja, komm. Ah, ja. Ah, den Boss würde ich noch gerne machen, bevor ich arbeiten muss. Ah, ja. Ah, ja. Ah, ja. Ah, ja. Aber bevor ich den Boss mache, ich würde echt gerne ausprobieren, ob ich das Fisch legen kann. Das starke Fisch. Oder ob die so eine Nummer stärker sind und ich erst mit level 30 wiederkommen soll. Oder ob ich den Boss mache, ob ich den Boss mache, oder ob ich den Boss mache. Es ist klar, dass die anderen nicht anders sind. Und jetzt kann ich nicht abhauen. Kampf fliehen und so. Ich meine, der ist so schnell und wenn ich jetzt hier fünften gegen ihn kämpfen würde, würde ich es vielleicht sogar schaffen. Ich kann nicht fliehen. So ein Scheiß. Ich lasse mich töten. Das hat ja keinen Sinn. So ein Scheiß. 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 Wenn du dich auf den Google schlägst, dann lasst du dich auf. Das ist ein Schmerz. Schon krass. Also der ist wirklich hart. Also ich hätte nicht gedacht, dass der Level 43 ist, aber ich hätte eher mit 20 gerechnet oder sowas, aber 40 ist hart. Dann leg ich mich jetzt auch erstmal nicht mit dem anderen Abend. Das kann ich nochmal versuchen, wenn ich Level 20 oder sowas bin. Weil das ich nicht mehr fliegen kann, ist schon heftig. Ich würde schon gerne ausprobieren. Ich meine, sonst weiß ich ja nicht, welches Level ich sein muss, um wiederzukommen. Ach komm, den versuche ich. Auch wenn es dumm ist. Ah, Level 13, ne? Ah, den habe ich. Oh, der dort ist machbar. Oh, das ist so super. Aber das ist ja jetzt ein Auto zu sch100%. Was ist das? 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 Was ist das?